33-tägige Andacht für die ärmste Priesterseele im Fegefeuer. 16. Tag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens. Deine Sohnes ergeriebt am Brot. Komm, heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens. Deine Sohnes ergeriebt am Brot. Komm, heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens. Deine Sohnes ergeriebt am Brot. O Jesus, ich verberge die ärmste Priesterseele des Fegefeuers in die Wunde deines rechten Fußes. O Maria, Schmerzensmutter, ich stelle mich unter deinen Schuhe. Durch deine reinsten Hände opfere ich nun dem ewigen Vater 33 Mal das kostbare Blut Jesu auf für die ärmste und verlassenste Priesterseele des Fegefeuers, die am meisten leidet und für die niemand betet. Bitte und lehre mit der ärmsten Priesterseele für mich zu Gott, damit mir weit geht. In meinem jetzigen Anliegen, Anliegen kann man nennen, jetzt gewählt werden. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und dann verlass es der Nies. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und dann verlass es der Nies. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und dann verlass es der Nies. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und dann verlass es der Nies. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und dann verlass es der Nies. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und dann verlass es der Nies. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und dann verlass es der Nies. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und dann verlass es der Nies. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und dann verlass es der Nies. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und dann verlass es der Nies. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und dann verlass es der Nies. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlass es ist. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlass es ist. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlass es ist. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlass es ist. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlass es ist. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlass es ist. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlass es ist. So ist dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlass es ist. So ist dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlass es ist. So ist dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlass es ist. So ist dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlass es ist. So ist dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlass es ist. So ist dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlass es ist. So ist dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlass es ist. So ist dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlass es ist. So ist dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlass es ist. So ist dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlass es ist. So ist dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlass es ist. So ist dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlass es ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So ist dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlass es ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So ist dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlass es ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So ist dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen.